Stuttgart, der Kappelberg ist eines der beliebtesten Ausflugsziele in der Region. Die Menschen lieben den Blick auf Stuttgart, auf das Reemstal und den Stromberg am Horizont. Und sie staunen über die vielen Tierarten, die hier im Naturschutzgebiet Steppenheide leben. Jetzt hat ein unheimlicher Umweltfrevler große Teile des Naturparadieses einfach mal platt gemacht. Feldschütz Klaus Zielke, 59, und sein Kollege Yilmaz Dastan, 47, sind entsetzt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Feldschützer Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018